Eine Nation verfettet. Zwei Drittel aller Amerikaner sind übergewichtig, darunter immer häufiger Kinder und Jugendliche. Ein Beispiel Rachel. Im Alter von 14 Jahren wiegt sie stattliche 127 Kilo. Hänseleien bleiben da nicht aus. Ja, in unserer Gesellschaft muss man eben Größe 36 tragen, um als hübsch zu gelten. Deswegen werde ich auch ausgeschlossen, weil ich dem nicht entspreche. Im Kampf gegen die Kilos. Susan Blech auf dem Weg, ihren Pfunden zu Leibe zu rücken. Zum Wohle der Gesundheit und der Waage. Susan bringt es auf stolze 212 Kilo. Oh, es geht immer weiter hoch. Okay, das reicht. Jetzt ist genug. Für Heather und Anne-Marie aus der fette Frauenszene gilt, je draller desto doller. Die Pfunde sind ihr Kapital. Ihre Website für Liebhaber adipöser Damen ist eine gewinnbringende Marktlücke. Diäten sind daher kein Thema. Hallo, ich brauche eure Hilfe nicht. Hier ist ein Donut. Mir geht's gut. Das Problem in der heutigen Gesellschaft sind diese ganzen Diäten. Übergewicht. Die Wohlstandsseuche des 21. Jahrhunderts. Für Professor Kelly Brownell ein echtes volkswirtschaftliches Problem. Die Kosten der Fettleibigkeitsepidemie im Gesundheitswesen belaufen sich auf mehrere Milliarden Dollar und die Zahl wird steigen in den nächsten Jahren. Warum? Weil mit zunehmender Fettleibigkeit auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes rasant ansteigen. Ein Riesenproblem. Amerika XXL. Eindrücke aus dem Land der Dicken. Das Grauen des Morgens. Auf einer Landstraße im Herzen Kaliforniens ist es durchaus wörtlich zu nehmen. 15.000 Schritte muss jeder dieser Jugendlichen hier täglich absolvieren. Wenn die Sonne aufgeht, vor Unterrichtsbeginn. Das klingt hart, ist aber erfolgreich. Bevor ich hierher kam, konnte ich nicht einmal bis zum Stoppschild da vorne gehen. Das ist nicht sehr weit. Nein, das ist nicht weit. Hast du nie Sport gemacht? Naja, ich habe mich schon bewegt, aber ich bin einfach keine längeren Strecken gelaufen. Ich war es nicht gewohnt. Warum nicht? Ich war es einfach gewohnt, überall mit dem Auto hinzufahren. Als ich hierher kam, wog ich rund 250 Kilo. Und jetzt wiege ich gut 200 Kilo. Ein Zentner weniger in nur vier Monaten. Doch es wird noch dauern, bis der 15-Jährige Anschluss an die Gruppe halten kann. Die Gruppe, sie gehört zu einem privaten Internat, der sogenannten Academy of the Sierras. Die erste und einzige Einrichtung ihrer Art ausschließlich für stark übergewichtige Schüler. Das hat seinen Preis. 5.500 Dollar im Monat zahlen die Eltern, damit ihren Sprösslingen neben dem normalen Nährstoff auch richtiges Ernährungsverhalten beigebracht wird. Dafür zuständig ist unter anderem Christa Chiquava. Die 26-Jährige, die sieben Jahre in Deutschland lebte, beschreibt die Grundproblematik ihrer Klientel. Wahrscheinlich 50 Prozent der Kinder sind zu uns gekommen und waren nicht an der Schule davor. Vielleicht sogar für ein Semester oder mehr. Ja, leider ist das sehr oft der Fall. Und die wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Jeden Tag gehen sie in die Schule, werden ausgelacht. Das ist unglaublich schwer psychisch für die. Und dann geben sie einfach auf und sagen, ich kann nicht mehr. Und für die Eltern ist das dann einfach eine letzte Rettung. Und die sagen, ja gut, wir werden jetzt das Geld ausgeben, dass unsere Kinder in eine sichere Umgebung kommen, dass sie auch was lernen können, nicht nur akademisch, aber auch fürs Leben einfach. So gesehen findet der Hauptunterricht jenseits der klassischen Schulstunden statt, nämlich dann, wenn es um die Mahlzeiten geht. In der Kantine regiert die Waage. Wie viel dürfen Sie essen? 110 Gramm Rührei. Nicht mehr? Nicht mehr und nicht weniger. Rund 1300 Kalorien täglich sind zugelassen. In Form von Gemüse, Brot, Obst, Fleisch. Erlaubt ist quasi alles, solange die Gesamtmenge nicht mehr als 10 Gramm Fett ergibt. Wir haben einmal Speisen, die nur rationiert ausgegeben werden. Und dann haben wir Essen, von dem wir so viel nehmen können, wie man will. Bagels zum Beispiel, da kriege ich nur einen. Aber ich kann so viel Ananas essen, wie ich will, solange ich die Menge aufschreibe. Hilft es dir beim Abnehmen? Es hilft mir, weil ich den Überblick behalte über das, was ich esse. Ich hatte einige Ananasstücke, die haben 75 Kalorien. Nach einiger Zeit lernt man den Umgang mit Kalorien und man gewöhnt sich daran, alles aufzuschreiben. 17 Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren besuchen die seit Anfang September eröffnete Einrichtung. Aus allen Ecken der USA haben sie hierher gefunden, in eine Gemeinschaft. Die Atmosphäre ist toll, ganz anders. Jeder hier hat die gleichen Probleme wie man selbst. Das macht alles einfacher. Niemand kann sich hier über den anderen lustig machen, weil alle mit den gleichen Problemen umgehen müssen. In der alten Schule wurde man von jedem gehänselt. Ich habe immer Einser geschrieben, aber trotzdem haben sich die Mitschüler über mich lustig gemacht, wenn ich über den Flur gegangen bin. Die Academy, offensichtlich ein segensreiches Konzept, betrachtet man die ausgelassenen Jugendlichen auf dem Weg in die Leichtigkeit des Seins. Der Haken, die Privatschule ist viel zu teuer, um für die breite Masse unter Amerikas Übergewichtigen eine Alternative zu sein. Stichwort breite Masse. Jedes Jahr geben die Amerikaner 110 Milliarden Dollar in Schnellrestaurants aus. Ob an der Autobahn, in Schulen oder auf dem flachen Land. Reklametafeln mahnen beständig, das Essen nicht zu vergessen. Folge, eine Nation verfettet. 64 Prozent aller Amerikaner sind übergewichtig und die Zukunft sieht düster aus. Als Beleg mag dafür ein Besuch an der New York University dienen. Ein Lehrstuhl der renommierten Hochschule erforscht vor allem Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Sharon Dalton hat darüber ein Buch geschrieben. Tenor, wie soll Hänschen lernen, was Hans bereits falsch gemacht hat? Die Grafik der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC verdeutlicht die Zunahme von übergewichtigen Erwachsenen in 49 Bundesstaaten innerhalb von 15 Jahren. Und die Jugend drängt nach. Wir sehen jetzt schon 3- und 4-Jährige, sehr junge Kinder, die übergewichtig sind. Das ist neu und das ist unsere grösste Sorge. Das bedeutet für die Kinder, wenn sie erst einmal 16, 17 oder 18 Jahre alt sind, dass sie wahrscheinlich dicker sein werden als die heutige Generation der Teenager. Das heißt, diese Kinder werden ein Leben führen, in dem sie oft krank sein werden. Sei es körperlich, beispielsweise durch Diabetes, wie auch auf psychischer Ebene. Sie werden fast ihr ganzes Leben lang stigmatisiert. Wie man als schlanker Mensch behandelt wird, das will Rachel Doherty erleben. Und dafür hat die heute 16-Jährige in den letzten 12 Monaten Enormes auf sich genommen. Rachel im Dezember 2003. Seit das Mädchen denken kann, ist es zu dick. Doch was als Hüftröllchen beginnt, endet für den Teenager in einem ernstzunehmenden Gewichtsproblem. Im Alter von 14 Jahren wiegt Rachel 127 Kilo bei einer Körpergröße von 1,57 Meter. Wer wissen will, warum, muss die Schülerin der 10. Klasse der High School von Gallien beispielsweise in den Speisesaal begleiten. Was hier den Schülern mittags aufgetischt wird, entspricht dem Durchschnittsangebot an amerikanischen Lehranstalten. Ein gewichtiger Beitrag zu der Tatsache, dass jeder siebte Jugendliche in den Staaten als adipös bezeichnet werden muss, sprich, dass er oder sie so dick ist, dass die Gesundheit gefährdet ist. In Rachels Fall kommt auch noch die seelische Komponente dazu. Die Folgen ihres Essverhaltens haben sie zur Außenseiterin gemacht. Es gibt viele Sachen, die ich nicht mache, weil ich denke, ich sehe dabei blöd aus. Oder ich traue sie mir gar nicht erst zu, weil ich zu dick bin. Deshalb schotte ich mich von den anderen Schülern die meiste Zeit ab. Wirst du von anderen Schülern gehänselt? Ja, in unserer Gesellschaft muss man eben Größe 36 tragen, um als hübsch zu gelten. Deswegen werde ich auch ausgeschlossen, weil ich dem nicht entspreche. Hauptansprechpartnerin für Rachel, ihre Mutter. Die seit 13 Jahren geschiedene Pam Doherty trägt ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung für den leiblichen Umfang der Tochter. Ist das ein normales Abendessen für Sie? Ja, das können wir auf dem Heimweg mit nach Hause nehmen. Ich bin meistens zu müde, um nach Feierabend noch zu kochen. Nach einem langen Tag mit viel Stress will ich einfach schnell was essen und dann entspannen. Was essen Sie am liebsten? Wendy's und Pizza, egal welche Sorte. Dass eine gewöhnliche Pizza mit über 1000 Kalorien sie nicht nur fett macht, sondern auch krank, weiß Rachel. Die 15-Jährige leidet Ende 2003 an lebensbedrohlichen Atembeschwerden und benötigt sogar ein Beatmungsgerät. Das ist ein Gerät, das nachts Luft in meine Lungen pumpt. Während ich schlafe, setzt manchmal mein Atem für kurze Zeit aus und das belastet mein Herz sehr stark. Die Maschine hilft mir, nachts regelmäßig zu atmen. Einerseits. Andererseits sind die sozialen Nebenwirkungen des Gerätes beträchtlich. Es ist schon schwer für mich, denn wenn ich bei Freunden übernachte, muss ich dieses Gerät mitnehmen. Das ist mir sehr peinlich, weil es ziemlich umständlich ist und es laute Geräusche macht, was andere vom Schlafen abhält. Ich komme nicht wirklich damit klar. Und weil das so ist, fahren Rachel und ihre Familie schwerere Geschütze auf. An einem Donnerstag, Anfang Dezember letzten Jahres im Kinderkrankenhaus von Cincinnati. Pure Ironie des Schicksals, dass gerade Ronald McDonald in der Lobby auf Kundenfang ist. Dr. Thomas Inch weist Rachel und ihrem Vater Tim den Weg in sein Büro. Der 38-Jährige ist Spezialist für eine bestimmte Form der chirurgischen Magenverkleinerung. Dabei wird ein Großteil des Organs per Bypass umgangen. Das Resultat? Nach der Operation wird Folgendes passieren, wenn du isst. Die Nahrung wandert durch die Speiseröhre in einen neuen, stark verkleinerten Magen. Den restlichen Magen haben wir abgetrennt und auf beiden Seiten zugenäht. Die Nahrung wandert dann von diesem kleinen Magenbeutel in den Dünndarm hinunter. Es ist sehr wichtig, dass die Verdauungssäfte, die in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse gebildet werden, in den Darm gelangen, um sich mit der Nahrung hier unten zu vermischen. Sonst fände keine Nahrungsaufnahme oder Verdauung statt. Der Hauptvorteil dieser Operation ist, dass man mit einem so stark verkleinerten Magen nur sehr wenig essen kann. Und wenn man stark zuckerhaltige Nahrung wie Eis oder Süßigkeiten isst, wird einem schlecht. Seit 31 Jahren wird diese bis zu 50.000 Dollar teure Operation an Fettleibigen durchgeführt. In Deutschland übrigens nur in Ausnahmefällen. Vollkommen undenkbar wäre es hierzulande, dass Jugendliche unters Messer kommen. Die Gefahren beträchtlich. Einer von 200 Erwachsenen überlebt den Eingriff nicht. Auch darüber klärt der Arzt seine Patientin auf. Für mich ist die Operation jedes Risiko wert. Ich würde lieber an den Folgen der OP sterben, als so weiter zu leben. Dann würde ich zumindest wissen, dass ich alles versucht habe, um nicht doch an den Folgen meiner Fettleibigkeit zu sterben oder möglicherweise eines Tages im Schlaf zu ersticken. Eine Woche später. Nach einer siebenstündigen Operation, die nicht ohne Komplikationen, es kam zu Blutungen, verlief, erlangt Rachel das Bewusstsein wieder. Das wird dein erster Schluck Wasser. Die Mutter filmt, auch um mit den dokumentierten Strapazen Rachel später Mut machen zu können. Den Körper vermag die OP zu verändern, der Geist muss erst noch folgen. Bilder von früher, Kleider von früher. Besuch bei Rachel exakt 365 Tage nach dem Eingriff. Es hat sich eine Menge getan. Das hast du früher einmal getragen? Ja, das war eine meiner Sonntagshosen, die ich zu besonderen Anlässen getragen habe. Oder wenn ich in die Kirche ging. Es hat mir wohl ziemlich gut gepasst. Doch jetzt passe ich da zweimal rein. Es ist, glaube ich, ganz gut, diese Klamotten zu bereiten, damit ich mir bewusst werde, wie gut es mir jetzt geht und wie stark ich mich im letzten Jahr verändert habe. Der Gang vor den Spiegel. Für Rachel zeigt er nun Fortschritte. Selbst wenn das Konterfei gegenüber Dinge abbildet, die sie auf ewig an den Tag, der ihr Leben veränderte, erinnern werden. Was sind das für Narben? Diese zwei, da kamen Schläuche raus. Die Schläuche haben die Flüssigkeiten abgeführt, die sich im Bauch gebildet hatten. Die drei oberen Narben und die oberhalb des Bauchnabels sind während der Operation entstanden. Beim Einführen des Operationsbestecks und der Kamera. Die Dehnungsstreifen werden nie wieder weggehen. Aber ich habe lieber solche Narben und Streifen, als viermal so dick zu sein. Zweieinhalb Stunden Autofahrt, dann betritt Rachel in Begleitung ihres Vaters wieder die Kinderklinik von Cincinnati. Alle sechs Monate wird Bilanz gezogen. Okay, Rachel, komm bitte rein und zieh die Schuhe aus. Zur Erinnerung. Vor dem Magenbypass wog Rachel über 127 Kilo bei 1,57 Meter Körpergröße. 55 Kilo wären normal gewesen. Nun verrät das Messgerät, dass die Schülerin 82,7 Kilo schwer ist. Knapp 45 Kilo sind verschwunden. Als nächstes durchleuchtet ein spezielles Röntgengerät, es hat sehr schwache Strahlen, den Körper der Jugendlichen auf der Suche nach Fett. Ihr Körperfettanteil lag im Februar bei 47,1. Ist das zu hoch? Das ist ziemlich hoch, 47,1 Prozent. Aber die aktuelle Messung ergibt einen Fettanteil von 39,5. Ein durchschnittlicher Körperfettanteil im Bereich zwischen 20 und 25 wäre optimal. Soweit die Zahlen. Doch es gibt einen Bereich, der jenseits bloßer Datenmengen liegt und der Tim Doherty mindestens genauso wichtig ist. Sie hat sich wahnsinnig verändert. Was hat sie am meisten beeindruckt? Ihr Persönlichkeitswandel. Sie ist jetzt einfach rundum zufrieden. Es ist toll, dass sie Pläne für die Zukunft hat, sich zu einer eigenen Persönlichkeit entwickelt. 43 jugendlichen Patienten hat Dr. Inch den Magen verkleinert. Hey, schön Sie zu sehen. Wir haben uns ja eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Wie geht's Ihnen? Ersetzen Sie sich doch bitte. Langzeitprognose? Noch fehlen bei jugendlichen Erfahrungen. Dr. Inch ist vorsichtig. Besteht die Möglichkeit, dass Rachel wieder an Gewicht zunimmt? Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wir versuchen ja nicht nur, mit dem Patienten zu arbeiten, nicht nur seine Gründe für den übermäßigen Verzehr herauszufinden, sondern wir wollen auch mit der Familie arbeiten, um ihr klarzumachen, dass eine Magenverkleinerung eine Reihe von Maßnahmen auch nach der Operation erfordert. Besonders sollte man darauf achten, dass danach eine Diät gemacht werden muss, mit viel Protein und kleinen Portionen, die wenig Zucker und Fette beinhalten. Auf die Portionsgröße kommt es tatsächlich besonders an. So hat man an der Universität von Yale eine ganz schlichte Erklärung dafür, warum die Amerikaner heute etwa 200 Kalorien pro Tag mehr konsumieren als noch vor 30 Jahren. Kelly Brownell, Leiter des Institutes für Ernährungs- und Diätwissenschaften, gibt ein Beispiel. Im Fastfood-Restaurant 7-Eleven ist dieser Becher die kleinste Getränkegröße, die man bestellen kann. Das ist der sogenannte Schluck. Aber schauen Sie auf den Vergleich. Dieser Becher enthält zweimal so viel Getränk wie die Original-Cola-Flasche mit 240 Milliliter. Und der kleine Becher sieht wiederum sehr klein aus im Vergleich zu dem hier. Dieser Becher heisst der Extremschluck. Schon der Name spricht Bände und drückt die Masslosigkeit der Portionen und den Mehrkonsum an Kalorien hierzulande aus. Das Problem ist, dass Leute genau so viel konsumieren, wie sie serviert bekommen. Das heisst, wenn sie diesen kleinen Becher bekommen, trinken sie ihn aus. Aber wenn sie den großen bekommen, dann trinken sie den auch aus. Und weil Restaurants immer größere Portionen anbieten, ist das ein Problem. Sie hat die großen Portionen geliebt. Doch damit soll Schluss sein. Susan Blech im November 2003. Mit einem Körpergewicht, das dreifach über dem Idealwert liegt, betritt die damals 38-Jährige die Räume der Rice Clinic in Durham, North Carolina. Der erste Tag ihres neuen Lebens beginnt auf der Waage. Und das Gerät wird beträchtlich belastet. Susan bringt es auf umgerechnet 212,72 Kilogramm. Oh, es geht immer weiter hoch. Okay, das reicht. Jetzt ist es genug. Ein Blick auf den Speiseplan lässt erahnen, wie man hier Pfunden zu Leibe rückt. Mit Obst, Reis und Getreide. Was schätzen Sie, wie viel ich abnehmen werde? Aufgrund Ihrer Erfahrungen. Also im ersten Monat mit Sicherheit um die 15 Kilo. Wirklich? Haben Sie das nicht erwartet? Nein. Ja, Sie werden das schon schaffen. Sie schaffen das bestimmt. Das macht mich glücklich. Ja, nach dem ersten Monat wird sich Ihre Gewichtsabnahme auf ca. 300 Gramm pro Tag einpendeln. Die Regel gilt, je länger Sie Reis und Obst essen, desto mehr nehmen Sie ab. Beim Tischnachbarn fällt die Kleidung schon etwas lockerer. Der Weg dorthin wird für Susan über viele Frühstücke führen. Die Premiere wird dabei von der Geschäftsfrau noch durchaus wohlwollend aufgenommen. Wie schmeckt Ihnen die erste Mahlzeit hier? Es schmeckt ganz gut. Hafergrütze mit Zimt, ein bisschen Ahornsirup, Rosinen und Mandarinen aus der Dose. Dusenobst ist zwar nicht meine Leibspeise, aber es passt schon. Susan Blech, ein Jahr später. Die alten Aufnahmen haben für sie und Freundin Monsoon einen hohen Unterhaltungswert. Oh Gott, schau dir mein Gesicht an. Nein, so siehst du nicht mehr aus. Schau mal, ich konnte mich kaum bewegen. Guck mal den Buckel, schau dir diesen Buckel an. Zeig mir mal dein Profil von der Seite. Oh mein Gott, die sieht aus wie deine Mutter. Nein, ich meine, du siehst aus wie deine Mutter. Was ist das? Hafergrütze. Schaut gut aus. Was ist denn da drauf? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das sehen? Mir dreht es den Magen um. Ich habe es bisher erst einmal gesehen und konnte es kaum verkraften. Ich wette, dein Herz rast jetzt. Ja, aber eigentlich ist mir eher übel. Du musst diese Videokassette für immer aufheben. Und jedes Mal, wenn du heimkommst und dir denkst, ich habe heute eigentlich keine Lust mehr, etwas Gesundes zu kochen, dann musst du das anschauen. Noch ein Rückblick. Susan Blech vor zehn Jahren, ganze 65 Kilo schwer. Dann nimmt sie zu, insgesamt rund 150 Kilo. Weil sie mit ihrem Leben nicht mehr fertig wird. Da wäre der Stress als Freiberuflerin, sie hat eine Büro-Dienstleistungsfirma und die familiäre Situation mit einer Mutter, die seit Susans frühester Kindheit gelähmt und ein Pflegefall ist. Sie kann der Tochter nicht jene Liebe und Nähe geben, nach der sich Susan sehnt. Ich habe den Schmerz mit Essen unterdrückt. Ich erinnere mich an so viele solcher Situationen. Und wie viel haben Sie dann gegessen? Unglaublich viel. Ein Dutzend Donuts. So viel Essen, bis der Schmerz weg war. Ich kam damals mit meinen Gefühlen nicht klar. Deshalb habe ich mich einfach mit Essen betäubt. Es war egal, was ich aß. Sobald ich mich vollgestopft hatte, fühlte ich, ach, so eine Art Erleichterung. Die Reue kam später. Nachts auf dem Sündenstrip von Durham. An der Hauptstraße locken Leuchtreklamen mit einladenden Angeboten. Versuchungen, denen die esssüchtige Susan über Jahre nicht widerstehen kann. Erinnerungen an den letzten Fressanfall. Vor kurzem war ich in einem Feinkostgeschäft und habe dort sehr viel eingekauft. Mir war schon klar, dass es ziemlich viel war. Die Frau an der Verkaufsthege fragte mich, ob ich eine Party veranstalte. Wie peinlich. Und Sie haben Ja gesagt? Ich habe Ja gesagt. Hätte ich Nein sagen sollen? Ich esse das ganz alleine? Wie viel war es denn? Naja, es muss schon viel gewesen sein. Aber ich bin so enorme Mengen an Nahrung gewohnt, dass es mir gar nicht auffiel. Klar, es war nicht wenig. Aber dass die Verkäuferin bei dieser Menge dachte, es sei für eine Party... Ich meine, eine Party bedeutet doch mindestens fünf Personen, oder? Zurück in der Gegenwart. Die Zeiten, in denen die Nahrungsmittelindustrie in Susan eine treue Umsatzbringerin hatte, sind vorbei. 54 Wochen nach Beginn ihrer Diät in der Rice-Klinik hat der Schritt auf die Waage jeden Schrecken verloren. Für Momente wie diesen hat Susan Blech bislang 50.000 Dollar investiert. 282.000 Dollar, das sind 128 Kilo, ist das nicht toll? Das ist ein Mensch weniger und das in einem Jahr. 4800 Dollar berechnet die Klinikleitung ihren Klienten im ersten Monat. Danach sinkt der Preis. Wohl auch, um die durchaus einseitige, um nicht zu sagen fade Ernährung, der Kundschaft schmackhaft zu machen. Wie oft haben Sie diese Mahlzeit schon gegessen? 365 Tage und zwei Wochen. Und das ist Ihnen nicht auf die Nerven gegangen? Nein, Sie haben die Haferflockensorte gewechselt und die schmeckt gut. Galgenhumor. Ein Jahr nach Ende der Diät halten 65 Prozent der Patienten ihr Gewicht. Nach fünf Jahren sind es aber, wie bereits erwähnt, weniger als die Hälfte. Du isst und nimmst ab, keine Frage. Aber wenn das das Einzige ist, was du von hier mitnimmst, wirst du, meiner Meinung nach, keinen Erfolg haben, wenn du in die wirkliche Welt zurückgehst. Wenn man das Programm aber so umsetzt, wie es gedacht ist, als Erneuerung, wird das dein neues Leben sein. Einfach gesund zu leben. Du musst dich verändern, du musst Dinge neu definieren. Die Karriere, die Freunde, die Beziehung zu deiner Familie. Bei mir hat sich alles zum Besseren verändert. Kurz darauf auf dem Weg zum Sport. Oh, das ist meine Freundin. Moment. Stück für Stück erobert sich Susan einen ganz normalen Alltag zurück. Ich bin so stolz, dass ich endlich meinen Sicherheitsgurt anlegen kann. Früher hing mein Bauch bis hier. Einmal wurde ich von der Polizei angehalten, weil ich ohne Sicherheitsgurt fuhr. Ich erklärte dem Polizisten, dass ich zu dick sei, um ihn zu benutzen. Es war ihm so peinlich, dass es ihm die Sprache verschlug. Aufwärts laufen, damit es abwärts geht mit dem Gewicht. Im Leichtathletik-Stadion der Duke-Universität quält sich Susan zweimal die Woche, unter Aufsicht eines persönlichen Trainers. Fitness-Experte Mike kennt keine Gnade. Warum auch? Schließlich wird er für seine Unnachgiebigkeit mit 50 Dollar die Stunde entlohnt. Was ist Ihr Ziel? 65 bis 70 Kilo so in dem Bereich. Wie viel wiegen Sie jetzt noch? So um die 120, 125 Kilo. Aber davon sind ungefähr 10 Kilo Haut. Es müssen noch knapp 50 Kilo runter. In sechs Monaten? In sechs bis acht Monaten. Für ein langes Leben mit Idealgewicht. Denn als 212 Kilo Frau wäre Susans Lebenserwartung um Jahrzehnte reduziert gewesen. Was auch der Fachmann der Yale-Universität bestätigt. Zudem hat sich Professor Kelly Brownell mit der ökonomischen Seite des grassierenden Übergewichts beschäftigt. Die Kosten der Fettleibigkeitsepidemie im Gesundheitswesen belaufen sich auf mehrere Milliarden Dollar und die Zahl wird steigen in den nächsten Jahren. Warum? Weil mit zunehmender Fettleibigkeit auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes rasant ansteigen. Ein Riesenproblem. Übergewicht. Die Wohlstandsseuche des 21. Jahrhunderts. Schon jetzt sterben 300.000 US-Bürger pro Jahr an den Folgen der Dickleibigkeit. Und so zynisch es klingt, mit der zunehmenden Verfettung der amerikanischen Gesellschaft blühen einige Branchen regelrecht auf. Ein gutes Beispiel liefert der Unternehmer Tom Fredwell aus Ahaski in North Carolina. In seiner Sargfabrik lässt er letzte Ruhestätten im King-Size-Format bauen, mit einer Extraschicht Metall für stabileren Halt. Weil immer öfter Menschen eine Vierteltonne und darüber wiegen. Wir müssen auf der unteren Seite des Sarges zusätzliche Verstärkungen einbauen. Dieser Sarg ist 1,20 Meter breit. Das ist genau doppelt so breit wie ein durchschnittlicher Sarg. Wir haben sogar einen 1,32 Meter breiten Sarg im Sortiment. Unser Angebot beginnt bei 73 Zentimetern Breite bis eben zu 132 Zentimetern. Und wie viel wiegt ein Mensch, der so einen Sarg benötigt? Dieser Sarg ist gedacht für einen Menschen, der 250 Kilo oder sogar mehr als 300 Kilo wiegt. Verkaufen Sie heute mehr davon? Ja, wir verkaufen sehr viel mehr. Vor fünf Jahren haben wir einen dieser Sarge alle zwei Monate verkauft. Heute sind es 150 im Jahr. Die letzten Ruhestätten für Wohlbeleibte. Sie verfügen über ein beachtliches Eigengewicht, 250 bis 300 Kilo. Weshalb bei Beerdigungen schon mal Lastwagen, Kräne und Gabelstapler zum Einsatz kommen. Tom Fredwell präsentiert sein neuestes Exemplar. Um die 1.500 Dollar kostet das gute Stück, Familiensarg genannt. Noch wirkt es wie ein Container, aber natürlich nur, weil die Verzierungen noch nicht angebracht sind. Ein Werbespot der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Mit schwarzem Humor versucht die Regierung ein neues Bewusstsein zu schaffen. Hey, komm mal her! Was ist das? Schaut wie der Bauch von jemandem aus. Den hat wohl jemand beim Spazierengehen verloren. Lass ihn liegen, komm schon. Botschaft, wer sich bewegt, verliert sein Fett. Ein Denken, das auch zunehmend Politiker maßgeblich beeinflusst. Auftritt des Gouverneurs des US-Bundesstaates Arkansas. Die Bilder zeigen einen recht propperen Mike Huckabee vor rund einem Jahr. Zwölf Monate später ist der gute Mann kaum wiederzuerkennen. Fast 50 Kilo leichter ist er lebendes Vorbild für eine Kampagne, die ihrerseits eine Vorreiterrolle in den USA einnehmen könnte. 2003 haben das Parlament des Staates Arkansas und der Gouverneur Mike Huckabee das Gesetz 1220 verabschiedet. Ein Artikel sieht vor, den Body Mass Index aller Minderjährigen festzustellen und ihren Eltern mitzuteilen. Eigentlich keine große Sache, mehr eine Statistik, in deren Zahlen Sprengstoff steckt. 40 Prozent der Kinder in Arkansas sind übergewichtig. Ob ihr Nachwuchs dazugehört, erfahren Eltern per sogenanntem Fettbrief. Zudem werden die gesammelten Daten im Internet veröffentlicht. Für jedermann einsehbar, welche Schule wie viele Schüler hat, die im Begriff sind, dick zu werden oder bereits zu dick sind. Der Aufschrei der Bürger, der ob dieser Maßnahme erfolgte, hat Professor Sharon Dalton nicht wirklich überrascht. Amerikaner und vor allem die Bürger von Arkansas legen viel Wert auf ihre persönliche Freiheit. Wir sind ein Land, in dem jeder eine Waffe haben darf. Auf diese persönlichen Rechte legen wir sehr viel Wert. Also können wir auch so dick sein, wie wir wollen. Das ist etwas sehr Wichtiges für uns. Es stellt jedoch einen Eingriff in dieses persönliche Recht dar, wenn jemand mir vorgibt, dass ich einen bestimmten Körperumfang haben muss und für den Körperumfang meines Kindes verantwortlich bin. Nur ich treffe diese Entscheidung, basta. Viel war bislang von Dicksein und Leidensdruck die Rede. In diesem Hotelzimmer 50 Kilometer von Boston entfernt ist davon nichts zu spüren. Heather Boyle, 31 Jahre alt, wiegt stattliche 185 Kilo. Ihre Freundin Anne-Marie Niemeyer bringt es sogar auf 190. Wofür machen Sie sich hübsch? Für eine Party heute Abend. Sie geht bald los, ich muss also mit dem Schminken fertig werden. Bin aber gleich soweit. Was sind das für Leute, die zu der Party kommen? Es ist eine Party für dicke Frauen, dicke Männer, Männer, die dicke Frauen mögen, Frauen, die dicke Männer mögen, Paare, von denen einer dick ist, Freunde von dicken Leuten. Es ist eine dicken, freundliche Party. Und die Leute kommen aus allen möglichen Schichten. Da sind Geschäftsleute, da sind ganz normale, lässige Leute, Junge und Alte. Es ist wirklich großartig. Die positive Grundeinstellung erklärt sich auch daraus, dass Heather die Veranstalterin des Abends ist. Schon immer recht korpulent geraten, macht die Software-Spezialistin mit ihren Pfunden Gewinn. Das hier ist etwas für Liebhaber von dicken Frauen. Hier kann man sie sich in sexy Posen ansehen. Es ist nicht zwingend Pornografie. Einige Frauen zeigen ihre nackten Brüste, einige nicht. Ich selbst zeige niemanden meinen Busen oder irgendwas anderes nackt. Grundsätzlich ist es eine Plattform für Männer, die beleibte Frauen bevorzugen. Es ist eine Möglichkeit, um sich solche Bilder anzuschauen. Wenn man in den Playboy guckt, dann werden sie Fotos von durchschnittlichen Frauen finden. Wenn sie aber dickere Frauen mögen, dann ist das nichts für sie. So sieht es aus, wenn man eine Marktlücke füllt. Die Webseite ist kostenpflichtig. 3.220 Bilder für nur 5,95 Dollar. Noch eine Stunde bis zur Party. Heather und ihr schlanker Mann checken letzte Anmeldungen. Freundin Anne-Marie beobachtet die Frau aus Massachusetts dabei. Pikanterweise gilt die Brünette als Marilyn Monroe der fette Frauenszene. Sie ist ein gefragtes Model und hat klare Ansichten zum gängigen Schönheitsideal. Die ist zu dünn. Die ist okay. Die ist zu dünn, die hat noch nicht mal Brüste. Das ist nicht gut. Aber ich kann nicht erkennen, wie sie sonst aussieht. Als ich noch ganz normal als Software-Ingenieurin arbeitete, hatte ich einige sogenannte Freunde. Die haben immer gesagt, hey, lass uns zu den Weight Watchers gehen, wir können uns gegenseitig helfen. Hallo, ich brauche eure Hilfe nicht. Hier ist ein Donut, mir geht's gut. Das Problem in der heutigen Gesellschaft sind diese ganzen Diäten. Das ist eine Milliarden-Dollar-Industrie. In der Tat. Die Marktschreier in Sachen werde schlank, jetzt ganz schnell, sind nicht zu überhören. 546% mehr, um genau zu überhören. Dumm nur, dass in 90% aller Fälle die betreffende Person nach kurzer Zeit wieder so schwer ist wie vorher. Oder gar noch schwerer. Diäten waren noch nie die Lösung. Wir haben wirklich eine sehr hohe Rückfallrate. Was helfen würde, wäre... Warum helfen Sie nicht? Weil sich die Leute während einer kurzen Zeit sehr einschränken müssen, reden sie sich ein, wenn ich durch diese Diät komme und zu meinem Traumgewicht, dann wird alles wunderbar. Und in dem Moment, in dem sie damit fertig sind, essen sie viel zu viel und sie nehmen alles wieder zu. Einige Leute haben in ihrem Leben schon 300 bis 400 Pfund verloren und wieder zugenommen. In den Gängen des Reddison Hotels von Woburn. Was Anne-Marie hier so gekonnt in ihren Händen balanciert, sind selbstgebackene Kekse. Die 35-jährige Grafikerin und Freundin Heather wollen schließlich in den nächsten Stunden nicht an Kapital einbüßen. Himmlische Körper nennt sich die alle zwei Wochen stattfindende Veranstaltung, zu der sich an diesem Abend rund 120 Besitzer bzw. Verehrer barocker Formen eingefunden haben. Es ist eine Art Partnerbörse, die hier stattfindet. Zusätzlich wird das eine oder andere voyeuristische Bedürfnis befriedigt. 15 Dollar Eintritt sind dafür fällig. Rob Noodles ist Schulbusfahrer, Mitorganisator und ein Mann, für den das klassische ästhetische Empfinden der Amerikaner, schlank ist schön, nicht zählt. Wenn Frauen Kleidergröße 42 haben oder größer, dann bin ich glücklich. Dünner ist nicht gut. Was begeistert Sie denn so in dieser Größe? Bei einer dünnen Frau habe ich nichts zum Anfassen. Komm her, diese Frau zum Beispiel hat für mich eine perfekte Figur. An der Kasse Deirdre. 37, 210 Kilo schwer. Die Hausfrau begreift sich wie viele hier als Aktivistinnen für ein dickes Selbstvertrauen. Manchmal, wenn ich zur Tür hereinkomme, sagen die Leute, oh mein Gott, ist die dick. Das passiert in den normalen Discos. Aber wenn ich hierher komme, sagen die Leute, guck mal, was die für Schuhe anhat. Das hier ist für mich ein guter Ort, um auszugehen. Wer die Webseite von Heather Boyle besucht, wird irgendwann auch auf Deirdre stoßen. Besonders stolz ist sie, verkündet die Inschrift, auf ihren Bauch. Das mag auch ein wenig Ironie sein, denn Deirdre versuchte einst heftig gegen ihn anzugehen. Wie sind sie so dick geworden? Durch Kekse und Diäten. Jedes Mal, wenn ich Gewicht verliere, nehme ich es wieder zu. Wenn ich auf einer Extremdiät war, dann habe ich 100 Pfund abgenommen und 150 Pfund wieder zugenommen. Nahm ich 80 Pfund ab, kamen 120 Pfund wieder rauf und so wurde ich dicker und dicker. Eigentlich habe ich mir mein Fett raufgehungert. Der Jo-Jo-Effekt, dunkler Schatten fast jeder Form von Diät. Und wer wie Anne-Marie und Heather schon als Kind dick war, ist dafür doppelt anfällig. Susan Blech besucht ein Einkaufszentrum in Durham, North Carolina. Der Platz steckt voller Versuchungen für die Frau, die noch vor Jahresfrist 85 Kilogramm mehr auf den Rippen hatte. Die Luft ist erfüllt von Hamburgerduft. Haben Sie je gegen das Diätprogramm verstoßen? Einmal. Und was haben Sie gegessen? Alles. Ich bin vier Tage lang in meine alten Gewohnheiten zurückgefallen. Und das war wirklich erschreckend. Was genau haben Sie gegessen? Sandwiches, Chicken Wings, Nudeln. Ich bin sehr froh, dass das passiert ist, weil ich viel dadurch gelernt habe. Auf derartige Ausrutscher ist man in der Rice-Klinik vorbereitet. Bei Bedarf kann sich der Patient jederzeit den Frust von der Seele reden. Aufarbeitung heißt das Zauberwort. Lernen, warum man die Zügel aus der Hand gegeben hat und wie man dies zukünftig verhindert. Welche Art von Fressanfällen meinen Sie? Fressen um zwei Uhr morgens. Ich bin von einem Ort zum nächsten gezogen, nur um etwas Essbares zu bekommen. Ich habe das Essen in meinem Auto gehortet, im Auto gegessen. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich realisiert, dass ich die Hälfte aufgegessen hatte. Und ich dachte, das mache ich nur einmal. Also habe ich noch mehr Essen gekauft und es in meine Wohnung gebracht. Ich habe noch mehr gegessen, bin ins Bett gegangen, um zwei Uhr morgens aufgewacht und habe noch mehr in mich hineingestopft. Das ging immer so weiter. Ebenso, wie ich es früher gemacht habe, bevor ich hierher kam. Der Schlüssel zum Erfolg, langfristig gesehen, ist das, was Susan gemacht hat. Nämlich zu erkennen, wo die Fallen sind, zu sehen, was passiert und dann sein Verhalten entsprechend zu ändern. Das ist bei jedem unterschiedlich. Es geht um den sicheren Platz, den man braucht. Die einzigen Methoden, die Erfolg haben, basieren auf spirituellen Traditionen und weniger auf der Wissenschaft. Die spirituellen Traditionen sagen, nimm dir eine Auszeit, zieh dich zurück und denk darüber nach, wo du hin willst und welches Verhalten dich aus der Bahn wirft. Mittwochabend. Susan tut etwas, was ihr gut tut, nämlich sich hübsch machen für einen Abend mit Freundin. Und zwar nicht in der heimischen Wohnung, nein, die zwei gehen aus. Vorher aber wird Monsoon, die in der Rice Clinic auch schon 30 Kilo verloren hat, die neueste modische Errungenschaft vorgeführt. Warum hast du dir nicht die Lederjacke gekauft? Ich hab mich einfach in diesen Mantel verliebt, der ist echt edel. Welche Größe? 46. Das ist großartig. Der Weg führt die zwei Frauen in ein Studentencafé im Herzen der Universitätsstadt. Dass es hier besonders leckere Desserts gibt, interessiert die beiden Damen auf Diät nicht. Positive Gefühle, ja Genuss, zieht Susan viel eher aus dem von ihr Erreichten. Das hat mir mein Leben zurückgegeben. In den vergangenen zehn Jahren war ich oft isoliert. Und jetzt gehe ich raus, genieße mein Leben, treffe Freunde, lerne vor allem neue Menschen kennen. Dazu war ich früher nicht in der Lage, weil ich es gar nicht zugelassen habe. Rachel hat immer Pferde geliebt. Doch mehr als platonische Zuneigung ließ ihr Gewicht nicht zu. Jetzt fährt die 16-Jährige zweimal die Woche auf einen Reiterhof, pflegt die Tiere und erhält Unterricht. Vorbei die Zeit, da Essen und Fernsehen der einzige Lebensinhalt des Teenagers waren. Bist du glücklicher, seit du abgenommen hast? Ja. Alles macht mir jetzt viel mehr Spaß. Dass ich nun alles machen kann, was ich will. Toll. Ja. Bo賞! Bo賞! Boop! Bo賞! Boăn, Bo long, Bo. Boar! Booo! Bo Zeug! Boa! Bo-AP! Boop! Boa! Untertitelung des ZDF für funk, 2017